Sascha und Nicole Sieben Minuten noch bis zum Start der 5kmh in der Sonnensittigkeit 2022, bevor eine paar Minuten und zum Beforslosgehung politische Verantwortung von SCC jetzt ein bisschen darzustellen. Sie sind jetzt mit dem Übnis in Ornophobie bei. Sie in der Zukunft, LSBTG-Feindfreundliche Events zu organisieren. LSBTG-Feindlichkeit ist eine soziale, gegen lesbische, schwule, nisexuelle, trans- und hintergeschlechtliche Menschen gerichtete Freihsinnigkeit. Und ganz klar das Wort erheben von Seiten des Veranstalters, dass das im Sport beim Laufen nicht zu suchen hat, natürlich in der gesamten Gesellschaft nicht zu suchen hat, aber es ist jetzt ein großes Zeichen des Schreiber, des Geschäftsführers des Test- und Schulverbandes.